Die Welt der Stars fasziniert. Doch was läuft alles hinter den Kulissen einer Fernsehsendung von Bert Antennen ab? Bitteschön, ja. Hab heut nur zwei Haare noch, die Stolz am Haut wie Rangeln. Also beim Fernsehen, da hat man auch Inhalte zu transportieren, die einem vielleicht weniger nahestehen, zu denen man auch nicht absolut hundertprozentig Ja sagen kann und muss. Das ist ja völlig unmöglich für einen Fernsehmoderator. Nagegen bei der kirchlichen Tätigkeit scheint es mir sehr, sehr wichtig zu sein, dass doch die Offenheit und die Ehrlichkeit ganz, ganz vorne steht im Überbringen von diesen Interpretationen, diesen persönlichen Interpretationen, die man im Zusammenhang eben mit Bibeltexten dann weitergeben möchte. Die Kirchlichen Tätigkeit